Dann huschen wir doch da gleich mal rein und sagen Hallo. Ich bin Schwester Druffin. Was wollt ihr hier in dieser kriegerischen Aufmachung? Stimmt, da wurden wir schon mal angepöbelt für. Auch von einer Travia-Priesterin. Wir hatten Fragen über... Pereine? Warum können wir noch Travia und Pereine fragen? Ne, wir hätten gerne Fragen über Tiefhusen. Jetzt sind die Orks da, aber immerhin steht die Stadt noch. Ja, es ist Rohrwett. Ich fürste jetzt einen Themenwechsel angesagt, davon weiß ich nichts. Sternenschweif? Weiß hier nichts. Salamanderstein? Weiß hier nichts. Orks? Weiß hier nichts. Auch andere bedürfen der wärmenden Flamme, ihr entschuldigt mich. Schade. Verlassen wir den Tempel. Gucken wir mal kurz... Nein, wir wollen die Stadt nicht verlassen. Eigentlich wollte ich mal ganz kurz rausgucken. Aber können wir anscheinend nicht. Wo geht's jetzt noch lang? Kurz die Gasse hier. Und wenn wir das erforscht haben, gucken wir dann in Richtung Westen weiter. Also der Südmauer folgend. Hier ist schon mal nix. Da ist schon mal auch nix. Also, da geht's raus. Da ist der Südmauer. Da ist ein Kräuterhändler. Oder Händlerin. Es ist schön, euch bei Gesundheit zu sehen. Die Fusen. Die Stadt hat den Angriff noch am besten von allen überstanden, sagt man. Oh, dann wird Lohwang bestimmt ganz schön zerstört sein. Rohrwett? Weiß hier auch nix. Sternenschweif? Weiß hier auch nix. Na gut. Hast du irgendwas Interessantes im Angebot? Auch wenn wir nicht besonders viel Silber überhaben? Geschweige denn Gold. Sie hat das Übliche. Kein Krankheits-Elixier. Nö, sieht nicht so aus. Können wir vielleicht ein paar zwei Sachen verkaufen? Wenn, dann wird Jallen was haben. Taneelen. Da verkaufen wir mal 21 Stück. Sind auch wieder 6 Dukaten. Das schleppert sich. Den Rest brauchen wir eigentlich. Außer die schurigen Knollen. Die können beide weg. So. Falschen. Gewendeln. 22%. Besser als nix. Sonst noch irgendjemand irgendwas? Warum hat Mürrem ein Wirselkraut? Er hat 32. Äh. Okay. Stimmt, wir hatten ihm einmal recht viele gegeben für den Kampf gegen den Hauptmann. So, dann müssen wir jetzt hier hoch nach Westen rum. Ist nichts. Ah, inzwischen könnten wir es spät genug haben. Hat die Taverne auf? Nein. 16 Uhr. Ja, haben wir es 15 Uhr. Komm schon. Wir wollen trinken. Oh, da ist noch ein Tempel. Hier ist nichts. Hm. Wie kommen wir zu dem Tempel? Menü. Karte. Laut Karte müsste... Nördlich von hier... Also entweder hier oder auf der Seite in Eingang sein. Ah ja. Seltsam. Dieser Tempel ist geschlossen. So etwas hat Aventurien noch nie gesehen. Oh, ein geschlossener Tempel. Das ist wirklich kurios. Hm. Na gut. Zurück zur Taverne. Eventuell ist es inzwischen spät genug. Aber diesen Tempel merken wir uns mal. Oh, sollte ich mir am besten aufschreiben. Tief. Husen. Tempel. Zu. Hey, das ist ja der Fechstens-Tempel. Weil sie vorher die Stadt kontrolliert haben, haben die Orks die gleich fertig gemacht oder so? Können wir nur spekulieren? 16 Uhr. Ach komm schon. Können wir denn hier ganz kurz warten? Ich denke mal, wenn wir schlafen, schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Das sollten wir nicht unbedingt mitten auf der Straße machen. Dann werden wir garantiert von der Patrouille aufgeschnappt. Dann drehen wir halt noch eine Runde. Einmal um den Block. Weil wir ja sonst nicht so viel laufen. Ein bettelnder Junge. Nein. Wüten streckt euch der kleine Zunge heraus, bevor wir fliegen können in die nächste Ecke rennt. Ja, nee. Die scheinen das echt professionell zu machen, in diesen größeren Städten. Das sollten wir nicht unterstützen. Warum wird es nicht später? 15 Uhr. Na gut, erforschen wir die Stadt weiter. Es gibt bestimmt noch andere Terwärme. Solange das nicht der Entenschnabel ist. Gucken wir mal ganz kurz, was auf der Plakette steht. Da ist Vierundsgruß, da ist Dolch und Schwert. Da unten ist Weite Welt. Vierundsgruß. Nordlicht. Nee, den Entenschnabel haben wir anscheinend noch nicht gefunden. Ja gut, dann können wir auch weiter suchen. Westen ist gut. Oh, das könnte ein Waffenschmied sein. Sehr schön. Hallo. Rondra mit euch. Hier scheint es zu brauchen. Okay, sie ist ein Arschloch. Aber was soll sie, hat Waffen. Am besten ist es, eine Waffe zu wählen, in deren Handhabung man geübt ist. So hat es wenig Sinn, einen Streitkolben zu benutzen, wenn man im Führen von Stichwaffen wesentlich bewandter ist. Ja. Macht Sinn. Sternenschweif. Yandur, der Säufer, hat mir einmal im Goldschatz etwas darüber erzählt. Oh. Dann schreibe ich jetzt hinter den Entenschnabel auch nochmal Goldschatz. Goldschatz. Andere Taverne. Das habe ich jetzt extra in der Entenschnabel geschrieben. damit ich nicht später denke, oh, im Entenschnabel ist ein Goldschatz. Das muss ja nicht sein. So. Weißt du auch was über den Salamanderstein? Nö. Weiß er nicht. Dann würden wir gerne erstmal unsere ganzen Ramsch loswerden. Gwenlin. Säbel, Säbel, Säbel. Zehn Dukaten, das Stück. Oh ja. Das reißt uns ein wenig raus. Und unbedingt Pfeile kaufen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. So. Der Säbel kommt auch weg. Säbel. Säbel. Silberstreitkolben nicht. Oh, ich habe gerade aus Versehen den Schild angeklickt. Nee, nee, nee. Der bleibt schön hier. Und du hast sonst nichts. Okay. Nochmal ganz kurz rüber gucken. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas anderes angeklickt habe. Nee. Schaut gut aus. Dann feilst doch mal, was das Zeug hält. 20 Prozent. Und wir sind wieder auf 100 Dukaten. Schöne Sache. Sehr schön. Dann kaufen wir doch gleich mal Pfeile. So. 80 Stück. Und dann kaufen wir noch Was gibt es hier noch Schönes? Es gibt eine Robe. Ich wollte gucken, ob wir die Roben drüber tragen können, um Krankheiten zu vermeiden. Probiere ich einfach mal. Obwohl, wir können einfach Talanas Robe ausprobieren. Dann musst du dich ganz kurz nackig deine Ecke verziehen. Ja, das machen wir einfach mal. Raus. Talana. Gib mir mal ganz kurz deine Robe. Und es geht. Sie hat keinen Rüstungsschutz, aber auch keine Behinderung. Wiegt über 50 Unzen. Aber das ist es mir, glaube ich, wert. Das heißt, wir kaufen jetzt. Kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Roben. Gwennlin. So. Und die darf hier jeder gleich anziehen. Du, da drüber. Oh, und Krötenhäute wollte ich auch noch kaufen für die Elfen. Da müssen wir mal gucken, ob das hier angeboten wird. Aber ich glaube, ich habe gerade keine gesehen. Terek ist noch überlastet. Sie trägt eine Robe über der Robe. Jetzt fehlt noch eine und zwar Gerogon. So, ist irgendjemand überladen. Terek. Der Goldspuck muss endlich weg. Das kann gegessen werden. Schon ist er nicht mehr überladen. Aber trotzdem sollten wir die Stiefel mal irgendjemandem geben, der noch sehr viel Platz hat, wie Talana. So. Dann gucken wir jetzt nach den Krötenhäuten. Nö, nur Lederharnisch. Aber sehr schön. Wir wissen schon mal, im Tiefhusen gibt es einen Waffenhändler. Also mindestens einen. Und zwar im Westen der Stadt. So, was haben wir hier? Ein Rondra-Tempel. Da kamen wir von Süden aber nicht ran. Also gehen wir erstmal hier weiter rum. Immer noch auf der Suche nach dem Entenschnabel und dem Goldschatz. Die Nordwand. Oh. Also nicht die Nordwand. Das wäre ein wenig komisch, wenn wir die hier finden würden. Was haben wir hier? Eine Taverne. Zum Entenschnabel. Sehr schön. Wir würden gerne erstmal an die Theke. Und wir geben eine Runde für alle aus. Ja, das kostet 4,5 Dukaten. Das ist es uns aber wert. Hoffen wir mal, dass sie diesmal besser drauf sind. Als wir letztes Mal eine Runde ausgegeben haben, war trotzdem niemand wirklich gesprächsfreudig, was ein wenig ärgerlich war. Aber wir sagen einfach mal Hallo. Hacketau, Kumpels. Was darf es sein? Rohwett. Keine Ahnung. Sternschweif. Keine Ahnung. Tiefhusen. Ach, Schatzsucher. Wie? Hm. Schon wieder. Das war's aber mit ihm. Na gut, dann setzen wir uns doch mal an einen Tisch. Oh, es gibt keinen besetzten Tisch. Ah, ist doch albern. Ähm. Na gut, dann, äh. Darf Jallen mal musizieren. Warum darf sie nicht musizieren? Mürren. Ah, wahrscheinlich müssen wir erst mal einen Tisch suchen. Na gut, wir setzen uns an einen freien Tisch. Und Mürren. Kann immer noch nichts machen. Kurios, kurios. Außer euch sitzt niemand am Tisch. Ähm. Das ist jetzt doof. An der Theke. Können wir denn mit ihm reden? Äh. Orks? Mächtig, kräftig, die Jungs. Geben bestimmt erstklassige Iman-Spiele ab. Aber das fragt sie ja niemand. War Iman nicht etwas, wo man gewettet hat? Hm. Ja. Der Wirt wünscht uns einen schönen Abend. Das ist jetzt ärgerlich, dass fast kein einziger Gast da war, den man hätte ausfragen können. Ja, wir merken uns, der Entenschnabel ist im Nord eher Westen der Stadt. Ich gucke noch mal ganz kurz in den absoluten Nordwesten in der Ecke hier. Hier, damit die Karte vorständig ist. Und ganz in der Ecke ist ein Tempel. Wenn das mal kein Fechstens-Tempel ist. Nö. Vier ruhen. Hallo. Tiefhusen. Ein verschlafenes Nest. Rohrwett. Kann ich nichts sagen. Hm. Ich glaube echt, dass dieser Fechstens-Tempel zugemauert wurde. Oder abgeschlossen. Wie auch immer. Na ja, Süßen. Nein, danke. Das da sieht aus wie eine Herberge von der falschen Seite. Komm schon. Wir brauchen noch den Goldschatz. Oh, noch ein Ausgang. Oder nee. Das ist ein abgeschlossener Bereich. So eine Art Festung. Aber ob wir da reingehen sollten, ich weiß ja nicht. ähm, 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 ähm. Na gut, gucken wir mal. Nee, nee, nee. Nein. Au, was war das? Das war... Der Goldschatz. Oh, sehr schön. Da gucken wir noch mal rein. So, wir setzen uns gleich an einen Tisch, wo jemand anders sitzt. Nachdem ihr höflich gefragt habt, nehmen wir Platz. Wir hätten gerne sechs Bier und unterhalten uns mal. Yandor. Was könnt ihr uns über Sternenschweif erzählen? Sternenschweif? Wusste ich nicht... wusste ich mal was drüber. Fällt mir vielleicht wieder ein, wenn ich noch so ein Bier trinken könnte. Oh, oh. Ja, natürlich. Heda wird. Noch ein großes für diesen Herrn. Ja, Sternenschweif also. Das Ding hat eine Menge mit dem eulen Fex zu tun. Nichts für ungut. Jedenfalls hört man so allenthalben. Ihr seid wahrhaftig nicht der Einzige, die nachgesucht haben. Oh? Möchte nur mal wissen, warum die alle hierher kommen. Gesehen habe ich dieses Prachtstück jedenfalls noch nie. Andererseits zeigen diese Fex-Leutchen ihre Beute ja auch nicht so offen herum. Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, schließlich sind es ja nicht... Schließlich sind die ja nicht alle einfach nur ehrlich gekauft worden. Tja, also ich kannte da mal einen, der hatte zu Hause einen goldenen Leuchter. So ein Riesengerät mit langen Armen und jede Menge Blumen drauf und allem. Und an dem hat er sehr gehangen, weil der von der Mutter war. War ein bemerkenswertes, scheußliches Teil. Aber Geschmack ist halt immer so eine Sache. Stimmt's? Also der Leuchter... Ähm... Wie war das jetzt mit dem Sternenschweif? Schon gut, schon gut. Ob ich wohl noch ein Bier? Ah, herzlichen Dank. Also wo war ich? Sternenschweif. Jedenfalls, obwohl das Ding hier in Tiefhusen noch nie jemand gesehen hat, kommen immer wieder Leute hier vorbei, die es suchen. Ich frage mich nur, warum ausgerechnet hier? Es ist einer der größten Städte und ihr habt als einzigsten Waffenhändler. Ist zwar ganz hübsch hier, aber in so einem verschlafenen Städtchen sucht man auch keine Schätze. Also ist die Schatzsuche nach Sternenschweif und nicht irgendein anderer Schatz. Okay. Das heißt, das streiche ich lieber schon mal durch. Schatz in Tiefhusen wird durchgestrichen auf meiner Liste. So. Obwohl man da ja auch schon die tollsten Geschichten gehört hat. Da war zum Beispiel mal so ein Bauer irgendwo im Bornland. Der träumte eines Tages in Festung lege ein Schatz auf dem Marktplatz und genau der kam aus so einem Nest. Wie hieß es denn noch gleich? Ähm, ja, das ist bestimmt eine spannende Geschichte, aber was ist mit Sternenschweif? Ja, doch, ich habe ja verstanden. Meine Güte, macht Rena eine trockene Kehle. Das kann ich nur unterschreiben. Danke, danke, wirklich sehr aufmerksam. Er ist jetzt bei seinem dritten oder vierten Bier, das wir ihm ausgegeben haben. Also, hier in Tiefhusen gibt es jedenfalls keine Schätze, aber dafür sind wir direkt am Orkland hier. Nee, jetzt heißt das ja eher im Orkland. Diese mistigen, stinkenden Schwarzwaldse, Pelze diese. Naja, und diese Axt soll ja aus dem Orkland kommen. Das ist ja auch eine tolle Geschichte, die ich da gehört habe. Da sollen ja ganze Städte, Städte, voll von so komischen Elfenorks oder so sein. Und dann mittendrin irgendwie eine schrippige Eiche und dann, wir kennen die Geschichte. Aber wo ist die jetzt, Mann? Ach so? Ist aber noch eine tolle Geschichte. Und tolle Geschichten machen mich irgendwie immer durstig. Danke, danke, Bier Nummer 5. Aber ich meinte eigentlich aufgeregt, aber durstig machen sie auch. Stimmt schon. Aber deshalb kommen immer hier hin, die Leute, meine ich. Aber hier ist sie nicht, die Axt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die vom Tempel noch was drüber wissen, vom Fax, ähm, Hoppla, Fax-Tempel meine ich. Ja, den suchen wir auch. Da kommt er aber nicht so dran, an die Leutchen. Da müsste er mal den Toin... Was zur Hölle? Warum ist der Text weg? Mist. Ich habe nicht gedrückt, der war einfach weg. Ich gehe jetzt mal besser. Ob ich beim Aufstehen wohl mal kurz an die Hand packen könnte? Nur so? Danke, geht schon. Macht's gut und passt auf euch auf. Ich gucke gleich mal ins Tagebuch. Tagebuch. Ähm, 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 Tagebuch. Nee. Hat er nichts aufgeschrieben. Mist. Wir suchen... Nein, kein neuer Eintrag. Da war suchen. Wunderstoll gesucht werden. Äh, 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 verschiedenes. Nein. Suchen. Ich will nach Sternenschweiß suchen. Handlung. Sternenschweif. Nee, das hatten wir schon. Mist. Ah. Also gut. Suche abbrechen. Raus hier. Das heißt, ich werde jetzt eh mal kurz abspeichern müssen. Und danach gucke ich mir diese Folge noch mal an. So lange, bis ich den Frame gefunden habe, wo denn drin steht, was in dem Text war. Das müsste ja ein, zwei Sekunden auf dem Bildschirm gewesen sein. Und dann melde ich mich gleich wieder und erzähle euch, was da gestanden hat. Trotzdem ganz schön ärgerlich. Na gut. Abspeichern. Neu. Ja. LP015. Und wir sehen uns dann gleich wieder mit dem Text, der weggegangen ist. Also bis denn. forgive mir sagen. Also bis. Moderna Abspeichern. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.